Ich brüle jetzt nicht, sonst habe ich dann später, wenn ich weiter moderiere, immer noch keine Luft. Aber wir schließen zwei Minuten nur in die Tür und dann machen wir sie später wieder ein bisschen auf dazwischen, damit wir auch Luft bekommen. Weil wie ich feststelle, haben wir jetzt bestimmt 10, 15 Gäste mehr als die Bruderwand. Jetzt bitte ich euch einfach, rutsch da mal ein bisschen so nach hinten, weil die Morden sind fertig. Die Morden sind fertig. Die Morden sind hier und heute Morgen war sie auch meine Rettung um halb acht, da habe ich mir eine WhatsApp geschickt. Julia, ich glaube, du bist das Model, was ich für heute Abend brauche. Wer kann da noch Nein sagen? Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.